Guten Tag, in diesem Video zeige ich euch die Quest Rückkehr nach Aherus anzunehmen bei Minerva Rabenkumar in die Grube von Savon. An dieser Position bin ich gerade. Hier oben ist ein Questgebiet in diesem Fall. Ich weiß nicht, ob man über den normalen Instanz Eingang auch hier hinkommt über diesen Weg. Müsst ihr versuchen, falls ihr das Problem habt, dass ihr die Quest aus Versehen nicht angenommen habt oder was für Probleme es sonst gibt. Nun, nehme ich die Quest an und dann macht sie ein Tor auf. Ja, sie sagt das, sie hat uns ein Tor geöffnet oder wir sollen unser eigenes nehmen, ich nehme mir was, vielleicht ist es bequemer. Und dann darf ich auf die andere Ebene laufen, nennt sich das Herz von Aherus, glaube ich. Und dann darf ich die Quest bei Hochloft, Davion und Green abgeben, in Aherus, die schwarze Festung, an dieser Position, auf der Ebene das Herz von Aherus, wie vermutet. Hier sieht man auch die Koordinaten, wo ich Quatsch stehe. Hoffe, ich konnte euch helfen. Ciao.